ah scheiße danke vor allem was ist denn jetzt hier los wollen wir haben die was ja auch schon zur Hälfte dauern ich kenne höchstens probieren ob ich irgendwo anders hier ein Trigger kann so Moment Bokuss mal live Achtung damit der Koloss kommt zu dir ah und jetzt kommt Nachschub da Schiff also ja sehe ich nicht ich bin grad uberisch das sei Koloss ich weiß nicht wie wir das so schaffen sollen naja sie war da gerade ganz jedoch ein Boss oh shit hast du eine gute Ecke gefunden nein sah nur so aus äh gibt es doch nicht das Problem ist ja wirklich dass die jetzt immer wieder kommen was ist jetzt das ich weiß kann echt nicht was wir machen aber es kommt auch keine sau vorhin das pech dass wir noch ein idioten nachher angekommen ist und jetzt wo muss er brauchen was scheisse scheiße so passiert ja auch hat immer herunter gezogen so allwegs er bleibt auch so ein konos wie ein konos weniger es sei die ich eigentlich hatte es im ziel hatte bis auf einmal hier der bosnive steht ich weiß nicht vielleicht kommen wir auch nun eine bestimmte anzahl von den büchern theoretisch ja also stand nur wieder in der stadt jahr einst nach ach doch so ist weil wenn der wenn der wenn die kolosse weg sind ist das ganze ding dann auch kein thema ist einfach klar dann sind weg glaube ja dann attacke bestätigt bevor die nächsten kommt schon so weit alles klar schön ist weg ich jetzt auch ja das ist jetzt aber nicht uncool das ist jetzt sehr uncool ja das ist ja nur noch oder als die guten vorsprung mit die die sich zurück ich schlag mal fixe nicht die zeit hat noch mal fixen und Rackenwerfer auf beim letzten schied was jetzt ich bin hier mit ich wurde bezogen also sprich wir schaffen den doch sollte ex muss ich aber sagen da haben wir uns jetzt das ist das ist jetzt mit hätten wir dann nicht sogar eine trophäe angekriegt aber das klappt hätten wir sind von anfang an nur überlegen die plan sein ach so aber das ist jetzt ohne scheiß der größte witz überhaupt und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen jetzt freue ich mich auch nicht dass der gekommen ist gut er kann nur dafür wenig nach menschlich ist es ja klar aber ich sag mal zehn minuten er hätte auch nicht geschadet gut sorry Typ der gerade beigetreten ist ähm ist nichts gegen dich aber Legendary naja Handschuhe ja genau ich 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 ein Hemd und zehn Marken wir sollten im Auge behalten Hemd das ist ein Brustpanzer ach ja ja gut beim Jäger finde ich ist es eher ein Hemd ja also easy going first try ja Moment das muss jetzt sein Schatz ich brauche jetzt unbedingt eine Kippe ohne Scheiß denn Prozent meine Güte er lasst uns erst mal in den Turm fliegen dann ja auch geil ich habe ich habe sogar eine Waffe bekommen Prozent ich sehe auch gerade es tut mir leid aber ich glaube wir müssen geben jetzt noch ab und dann am besten Feierabend weil das ist halb zwei ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich um zwölf ins Bett Prozent das habe ich vorher schon gedacht weil wir sehen kurz nach zwölf eine rauchen hehehe ach egal hat ja Spaß gemacht ja ja und wir haben unseren ersten heroischen Strike gemeinsam gemacht ah ja ja als mir gerade eingefallen wo sie hier dann rum war äh der Oste der im Jahr 1 über ein Borlok ne war auch nicht besser ha das auch arschknapp und so weiter also das war böse eigentlich wieder eine Heufe endlich will es meine haben aber das ist eh normal wenn ich mir vornehme ich gehe um zwölf ins Bett und dann zocke ich und dann vor allem zocke ich nicht alleine dann ist das ganz normal ja das ist dass es dann immer ein bisschen später wird ja kenn ich auch so erstmal hier abgeben ein Haufen Zeugs 262 ah Impulsgewehr naja ist mir allemal lieber als die Pistole gerade obwohl die eigentlich gut Schaden gemacht hat aber trotzdem sehr interessant wie immer Moraster 1.0 mhm vor allem jetzt ne hab ich erstmal ein richtiges Schärfschützgewehr bekommen das hätte ich vielleicht jetzt schon eher gebrauchen können ja aber beim nächsten mal wenn wir das haben und das Pech haben dass wir wieder alleine sind äh wissen wir wenigstens dann kümmern wir uns zuerst um die Kolosse bis kein Nachschub mehr kommt also das ist generell dann nice to know weil da funktioniert nämlich genau das System bei allen heroischen Insta also ne Gegner-Tod-Farm das geht dann immer ja bei Riggs im Spiel geht es auch ne das ist auch connect mhm so ich hab bin jetzt bei 265 Licht Cheater ja mein Oberteil hat also das was ich hatte Brustpanzer Brustschutz 278 Verteidigung pfff mhm 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 Cheater mhm 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 sei ruhig dafür dass du ne Exotik Waffe und ich immer noch nicht eine ich hab 3 eine habe ich sogar schon zerschrottet bohr mhm 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 ansonsten wir haben heute erstaunlich gut gespielt ja klar vor allem auch schon abgesahnt also ich kann mich nicht beschweren und vor allem jetzt mit meinen Sturmfaust um mhm 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 ja gut ich musste ganz ehrlich sagen ich müsste ich morgen nicht arbeiten ja dann würde ich jetzt wahrscheinlich noch eine runde zocken dann würde ich jetzt meinen jäger wahrscheinlich die restlichen dinger voll pushen den fokus könnte ich jetzt auch hier machen mit teilen zum beispiel na gut ja du wirst das morgen schon fertig haben ich mache das wie gesagt morgen oder am freitag wenn ich schönen urlaub habe dann kümmere ich mich um warlock und das letzte mit den teilen das machen wir ja dann sowieso zusammen in strikes und rates und so richtig so dann spiel aus der konsole und dann geht's ab wie ist das hören wir uns dann erst wieder am montag oder erst am dienstag weil am montag fahren hier weg aber ich weiß ja nicht ob du dann also mutter abend sehr gut wo du tust mir jetzt aber echt ein bisschen schon leid also ich meine ist montag überhaupt nicht zocken ja du arme socke ja trotzdem damit aber ich wünsche dir trotzdem viel spaß mit deinen schwiegereltern ja ich weiß ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe du hast du wenigstens gern klar ja dann geht's doch weißt du oft viele meckern immer über die über die trache von schwiegereltern so alles klar wie gesagt ich habe mich jetzt ins bett ich wünsche noch eine gute nacht und wir hören uns am montag alles klar dann hau rein ja ebenso ne danke tschüss